TV über Regional Ja, hallo, hallo, ja, du da, dich mein ich. Ich bin der Ryan. Und weißt du was, der Opa Ray hat gesagt, ich soll mal ins Fernsehen gehen. Warum? Na klar, weil ich ein Klugscheißer bin. Hey, und weißt du was, der hat gesagt, ich schnapp immer alles auf, was er sagt. Ach so, ich hab, hm, ich hab mich noch gar nicht vorgestellt, gell. Ich komm von den Kumquatspuppen, weißt du, es gibt noch mehr von meiner Sorte. Und da, wo ich jetzt wohne, da gibt's auch noch mehr. Beim Opa Ray, bei seiner Frau und bei seinem Enkelsohn. Ja, und der Opa hat gesagt, ich soll in der Zukunft einfach hingehen und soll gute Tipps geben. Willst du einen guten Tipp? Hm, okay, gebe ich euch heute einen, einen, einen guten Tipp. Wenn du morgens aufstehst, bitte nicht mit dem linken Fuß, aufstehst und dann denk mal nach, was an dem Tag alles Tolles passiert. Und abends staunst du dann, was alles Tolles passiert ist. Okay? Das war's für heute. Ciao!